Servus Leute, hier sind wir wieder zurück bei einer neuen Aufnahmesession von D-Set. Ja, dabei ist diesmal wieder der Gunn. Irgendwo, eben nirgendwo, keine Ahnung. Ich bin bei Lopatino und steige jetzt auch mal heute. Ich möchte heute mal einmal ausprobieren, wie das so bei mir läuft, wenn ich aufnehme. Ja, mal schauen. Einfach dann, liebe Leute, schaut kurz bei ihm vorbei. Ihr seht meine Abobox verlinkt. Dann gibt's in Kommentare, wie das aussieht und wie es nicht aussieht. Genau. Ansonsten, wenn meine Zuschauer das sehen, könnt ihr natürlich auch mal bei Markus vorbeigucken. Der Kanal ist natürlich auch bei mir verlinkt und da findet ihr auf jeden Fall noch viel, viel, viel mehr der sie als bei mir mit diesem einen kleinen Video. Ja, ich muss jetzt einmal schauen, wie das, wenn es irgendwelche Grafikeinstellungen irgendwie hat, wo man vielleicht ein bisschen was noch verbessern kann. Weil die performance ist ja, ich weiß nicht, man merkt es in den Videos eigentlich nicht so. Aber beim Spielen, ich merke es beim Spielen auch nicht so. Aber dann, wenn du, zumindest dann die FPS merke, ist halt, dass es nicht wahnsinnig viel ist. Aber ich glaube, das ist normal. Ich finde, das ist krass, wenn man dann die Aufnahme wieder ausschaltet. Dann merkt man erstmal, wie wenig FPS man vorher eigentlich hatte. Nein, ich merke da eigentlich fast keinen Unterschied. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin das gleich von früher einfach gewöhnt, dass ich mit weniger FPS spielen kann. Oder erklärt habe zu spielen. Okay, geh da hinaus, Junge. Hau dich auf die Beine und geh hinaus. So, warte mal, wo bin ich da jetzt genau? Ah, da ist der Panzer. Ja, wir werden jetzt einmal zum Krankenhaus noch schauen. Ja, ich bin hier gerade auch in einem Haus drin. In so einem normalen, aber leider noch. So, eine gelbe Kette. Oh, ich auch. Schaut aber schlecht aus. Nein, nicht jetzt. Nein, wie ist Gott. Dann schauen wir gleich wieder. Ist ja wurscht, bis jetzt sehen Sie es wenigstens, auf welchen Server wir sind. Ich muss gleich wie so... Warte mal, dann kann ich ja einfach die Aufnahme laufen lassen. Ja, sicher, ich lasse einfach die Aufnahme auch. Und dann bin ich einfach hier im Hauptmenü. Oh, da sieht man auch übrigens meinen Kerl, der hat... Ich habe den Charakter schon eine ganze Weile. Der hat so Ausrüstung, Rucksack, Feuerwehr, Axt, M4... So, wo sind wir da jetzt? Und den ganzen Spaß. Und wo bin ich? Okay. Was habe ich denn eigentlich für Equipment? Christine, Hunter-Benz. Die Hunter-Benz brauchen wir mal nicht. Das Geniale ist natürlich jetzt. Die ganzen Gebäude sind voll. Jetzt muss ich hier aber mal... Ich bin direkt in Bärenzino. Weil ich will das Equip relativ schnell finden. Oder halbwegs Gutes. Muss ich hier mal auf Online gehen? Wieso? Ja, ich hätte sagen können, wie das selber heißt. Du hättest unter Verlauf gehen können. Jetzt bin ich dir eh nachgejoint. Also, alles unproblematisch. Ich bin jetzt... Die ICTs hören. Uh, warte mal, wir müssen hier aufpassen. Jetzt gibt es hier überall Zombies. Ja. Und vor allen Dingen... Aber hier eine Grafikanstellung habe ich jetzt so verändert. Ich glaube, das liegt an der Bewegungsunschärfe. Das sieht teilweise in der Tiefe beim Bewegen sehr komisch aus. Finde ich. Da hast du so einen Gitter-Effekt. Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt gleich irgendwas umgestellt, dass ich schlechtere Performance habe. Also, bei mir spiele ich ganz locker mit über 20 FPS gerade. Mann, ich habe jetzt gerade 17 in der Stadt. Damit bin ich ganz zufrieden eigentlich. Aber ja. Na, wie viele Zombies sind da jetzt gerade? Übrigens, für meine Zuschauer, ich werde jetzt Lopatino doch nochmal aussparen, weil hier in der Nähe ist ein besserer Sporn. Und jetzt nachdem we start, könnte da auch wieder was Interessantes sein. Da war ich nämlich gestern. Und der war heute dann schon geplündert. Und ja. Deshalb wollte ich nach Lopatino. Aber da vorne bei dem Kran, da sieht man schon, wo wir jetzt hinwollen. Ich weiß jetzt nicht einmal, wo Lopatino ist. Achso, westlich vom Irrfeld, oder? Vom Großen. Südlich. Südwestlich. Weißt schon, wo wieder. Also im Prinzip ist das hier der Vorort von der, wo da die, also wir gehen jetzt gerade zu der Polizeiwache, wo der Kran ist und so weiter. Äh, ich habe gerade 30 FPS. Geil. Ich nicht. Aber, stört nicht. So, das kann es nicht geben, dass das komplette Krankenhaus in allen Zimmern, da liegt ein, wie vor, halt, Bloodkit und ein Morphium, aber fast das ganze Krankenhaus, habe ich dabei noch nichts gefunden. Halt zwei Räume. Und da sind die ja immer voll, irgendwas. Zumindest. Da liegt wieder noch verrottetes Zeug. Da hinten, das vergessen auch viele Leute zu schauen. Da liegt gar nichts. Ach Gott, wieso bin ich da gestern erschossen worden? Ja, aber dafür kannst du jetzt schön neu anfangen. Ja, das bringt mir. Mit befrischend Elan. Jetzt kommt nachher der Bettchen, vielleicht verliere ich da meinen Charakter, oder wie? Oh, das kann passieren. So ist das Leben. Du hast ihm auch nicht verloren, das eine Mal. Äh, ich habe ihn einmal verloren, dann war er sogar tot. Dann war er wieder da. Und, ja. Ja, auf einmal war er wieder da. Ja, weil diese richtig viel Palavra um die Charakterin eine Zeit lang. So, angeblich soll man beim Dach, bei den Feuerwehrstationen und so weiter, überall komplett aufs Dach hinauflaufen. Und auch zu oft das kleine Dach, was da noch ist, weil da gibt es angeblich guten Loot. Oft, weil die Leute vergessen dort den Loot. Okay. Habe ich als Kommentar bekommen. Oder ist bei Beat, beim Peter da unter dem Kommentar gestanden, oder was? Irgendwo, ich weiß nicht mehr. Bin gerade ein bisschen zu viel an Kommentaren schreiben. Ich muss aber sagen, dass ich im Moment auch wieder Bad Damaged Sachen trinke. Irgendwie. Ja, ist glaube ich egal. Ich habe, ich weiß nicht, mir ist zu einmal zu vorkommen, vielleicht habe ich auch irgendetwas anderes falsch gemacht. So, da ist einmal nichts. Ja, aber ich glaube, das Glitschen bei den Leitern haben sie behoben komplett. Was haben sie behoben? Das Glitschen, dass du, wenn du auf eine Leiter draufsteigst, halt mit der F-Taste, dass du hinunterglitscht über die Wand. Das war ja damals so, ganz standardmäßig. So, da hört man nur zum Beispiel, das ist sicher irgendein anderer Typ auch. Wir werden natürlich freundlich sein, wenn ihr auch freundlich ist. Das bin ich jetzt übrigens mit diesem Charakter, glaube ich, nicht mehr. Außer da ist jemand, der ohne Ausrüstung rumrennt. Ja, es kommt auf einmal, man kann schon freundlich auf sein. Ja, aber wenn hier jemand ist, dann hat er auch Military Loot und so weiter und wird mich wahrscheinlich wie so umbringen wollen. Bevor er, natürlich, wenn er, bevor er nachher schießt. Sag mal, ich hab schon relativ gute Sachen, die man, sag ich mal, auch schon vom Außen sehen kann, dass da was Gutes dabei ist. Mit meinen Tactical-Anzügen und den ganzen Drum und Dran. Also da kann man, denke ich, schon durchaus schwach werden. Ja. Ja, ich brauch auch eine. Säge haben wir auch. Handschellen, Portable Gas, brauche ich eigentlich nicht. Mit den Sägen kann man im nächsten Patch nachher die andere Leute, sozusagen, die gefesselt sind, befreien. Halt die Handschellen auseinanderschneiden. Habe ich gelesen, dass sie dazufügen. Ja, das macht ja auch irgendwo Sinn, mit so einer Metallsäge. Ich hab nix zum Essen da. Da ist jetzt eine Dose mal. Die Säge war ja im Prinzip so nicht viel gut. Ja, also zum Öffnen von Dosen. Ja, und Schrot abzählen. Und zum Absägen für die Schrotflinte. Das Waffencleaning-Set weiß ich auch noch nicht, ob man so richtig braucht. Ja, ich hab ein Paket Reis gefunden, geil. Paket Reis ist richtig schön Kalorien, ne? Ich überlege jetzt gerade, wo ich genau, ja genau, wo ich jetzt genau hingehe nachher. Ich glaube, ich werde aber mal landeinwärts gehen. Dann zum großen Ehrfeld, weil da war ich eh noch nicht in der Aufnahme. Und ich glaube, dass es dort einfach mehr Zeug gibt. Oder vielleicht zur Military Base zur richtigen. Ja. Mal schauen. Halt, wenn ihr die Folgen seht, bin ich schon lange nicht mehr dort. Weil ich nehme jetzt heute, beziehungsweise morgen, so um die 16 bis 20 Folgen auf. Und dann geht's erstmal Skifahren. Weil ich auf Urlaub fahre. Es kommen natürlich Barts, aber ich schreibe dann auch keine Kommentare wahrscheinlich. Vielleicht übernimmt das der Guten für mich ein bisschen. Aber du bist ja, denke ich mal, ja, ich werde bestimmt mal zwischendurch vorbeischauen. Aber du bist ja, denke ich mal, auch in Österreich Skifahren, oder? Genau, ja. Ja, da hast du ja dann wie so wahrscheinlich am Handy. Ja, ich habe das halt die ganzen Kommentare, bekomme ich schon, aber das über G-Mail zu antworten, ist irgendwie komisch. Und über die YouTube-App finde ich das irgendwie auch idiotisch. Weil ich weiß nicht, ich komme damit nicht klar. Die YouTube-App finde ich generell, also... Du kannst ja nicht direkt auf die... Ja, so was für Leute, die schauen, nicht für Leute... Genau. Weil du kannst nicht direkt auf die Sachen zugreifen, irgendwie. Du siehst nicht, du hast keine blödgenommen Glocke oder sowas. Ich müsste mal ausprobieren, ob es Google Plus irgendeine App eine sinnvolle gibt. Ob das dann besser ist. Weil ich habe dann auch nichts Sinnvolles gefunden, dass ich sagen kann, ja, so kann man spielen. Oder so kann man halbwegs seine Community-Arbeit vom Handy erledigen. Ja. Weil du siehst auch nicht, wann du... Ist das in der Feuerwehrwache normal, dass da alle Türen offen sind? Äh, draußen? Ne, im Gebäude. Draußen ist ja... In der Feuerwehrwache, warte mal, Feuerwehrwache. Äh, deswegen gibt es ja drinnen keine Getüren. Es gibt nur das eine große Tor, wo man reingehen kann. Und die eine kleine Hintertür. An jeder Seite gibt es noch eine Hintertür. Da in dem Gebäude, wo du damals gestorben bist, bin ich gerade. Ach so, na, das ist ja nicht die Feuerwehrwache. Wenn, dann wäre das die Polizeistation. Nennen sie ich immer. Und da sind immer alle Türen offen, ja. Okay, gut. Weil ich dachte schon, so kurz nach der Feuerwehrwache, da muss hier jemand gewesen sein. Ja, aber dort, wo du bist, da ist sicher gar nicht. Ja, aber als ich gejoint bin, da waren hier Leute. Das konnte man auch nicht sehen. Okay. Ich habe eine Banane gefunden. Ich habe noch nie eine nicht verschimmelte Banane gefunden. Die Zombies schreien und schreien herum. Ich glaube, wir werden jetzt uns aber auf jeden Fall... Nein! Nein! Bist du wahnsinnig? Was hat der für einen Move drauf gehabt? So ein dummer, dummer Militäröl-Zombie. Hast du so eine Lienbeck? Ich? Ja. Nee, er hat Aaron letztens gekriegt. Aber ich bin noch... Bist du wahnsinnig? Ich habe jetzt so viel Blut verloren, sicher. Ich muss mich schnell verbinden. Komm, verbinde dich endlich. Der eine, irgendein Tepper der Zombie, springt da von hinterhalb. Ich glaube, die rennen da ganz normal. Ja, ich bekomme mich eh nicht, bla, bla. Offenbar springt er so, weiß ich nicht, von drei Metern Entfernung auf mich zu. So richtig springend, das habe ich noch nie gesehen. Normalerweise laufen die ja nur. Scheiße. Aber ich bin hier jetzt gerade... Warte. Was war das da jetzt gerade? Ah, ich habe ein Pustini-V-Starter-Kit. Das heißt, ich habe im Krankenhaus überhaupt nichts gefunden. Ich habe nicht einmal einen... Äh... Ja, Kleinigkeiten, aber ich habe nicht... Dass ich sagen kann, ich glaube, dass es sinnvoll ist. Dann war da sicher schon jemand. Nein, nein, ich habe die Tür noch aufgemacht, Olle. Ja, kann ja auch sein, dass jemand die wieder zumacht. Ich mache das mittlerweile auch zum Beispiel so. Damit die Leute nicht auf den ersten Blick sehen, okay, da muss gerade jemand... Oh, halt schreit einer so dumm. Oh, das ist doch selber. Siehst du dort. Geh, kaum willst du das nicht aufnehmen. Baseball... Äh, Baseballschläger brauche ich keine. Ich glaube, hier war echt schon jemand. Pius-Scope ist für eine Mosin, ne? Pius-Scope ist für Mosin, ja. Okay. Weiße. An dem Waffenspaw, wo ich bis jetzt jedes Mal in der Polizei wache, Feuerwehrwache, whatever. Ja. Ja, da habe ich dieses Mal nichts gefunden, da wo die Waffe... Es ist so schlimm, ich finde so viel zum Trinken. Halt Cola-Dosen und Spreit-Dosen und so weiter. Aber nichts anderes. Halt zum Essen... Du hast immer... Ach, du hast die Schrot nicht mehr, ne? Nein. Okay. Schuss hätte ich da eh. Ich habe dort, weiß nicht, 20 Schuss gehabt. Ja, sonst hätte ich dir nämlich Munition und... Hatte ich da noch vorhin für eine Schrot. Irgendwas hatte ich für eine Schrot. Ein Schnellladen, da glaube ich. Da habe ich auch gehabt. Ich weiß nicht, ob man da mehrere braucht oder weniger. Ich brauche jetzt mal unbedingt nachher schön langsam mal was zum Essen. Ein bisschen was trinken, weil das bringt auch was gegen das Essen. Wir haben ja relativ viel Kalorien, die ganze Cola-Zeug und was da halt so gibt. Ja, ich habe jetzt schön Reis gefunden. Das ist auch cool. Ja, ich habe Milchpulver. Aber das war es dann, was ich an Essen habe. Boah, jetzt ist ja schon wieder ein Zombie. Ich habe noch nie diese Cracker gefunden, von denen du mal erzählt hast. Nein, der kommt schon wieder so ein dummer Militäröl. Jetzt blute ich schon wieder, oder was? Nein. Was ist denn heute los? Ja, ich habe noch Bandagen. Ich habe nämlich jetzt mal erstmal hier das IV-Starter-Kit schmeiß ich weg, das ist live beschädigt. Ja, meiner schreit nochmal herum. Das Team-Badly-Damaged. Äh, ach komm. Hepsi-Badly-Damaged geht eigentlich. Ja, ich nehme jetzt alles mit. Ich muss jetzt sowieso alles mitnehmen. Das bringt sowieso nichts. Ich würde mich irgendwann langsam auf healthy-Status kriegen. Dann musst du wirklich die Cracker oder Reise essen und viel trinken. Ja. So, was sind denn da? Soll ich Gummestiefel anziehen? So, was ich aber jetzt mal zeigen werde, die Waffe habt ihr bei mir noch nicht gesehen. Ich habe ja die M4, die konnte man ja am Anfang mal sehen. Und hier ist noch meine FNX mit Einzelschuss und, äh, ja, mit speziellem Visier, Rotpunkt. Aber auch in gutem Zustand, umgesprungen. Richtig dick, das Ding. Solche Equipment hatte ich auch einmal. Ja. Ja, das ist aber für dich schon zehn Charakter her, oder so? Das ist schon lange her. Ich habe schon lange keinen Charakter mehr gehabt, wo ich so gut war. Im Prinzip ist das immer noch mein zweiter Charakter hier. Das ist eh nicht normal. Ja, aber eigentlich war der auch schon mal tot, also das war nur wegen dem Server-Updates gedünselt. War er tot auch? Ja, der war auch schon mal tot. Okay. Mit dem bin ich schon mal in, äh, Elektro gestorben, bei der Randale. Das erinnerst du dich noch dran? Ja. Bei meiner Zeudo-Randale. So, das ist das Eckhaus. Das lassen wir aus. Da war ich schon. Da drüben schauen wir nachher noch rein. Das Gebäude mache ich noch und dann mache ich den Bad einmal zu Ende. So. Na, passt. Dann sehen wir uns im nächsten Bad wieder. Tschau. Tschau.